Das Auslandssemester in Deutschland Kapitel 1 Am Flughafen Teil 1.1 Die Geschichte Jack befindet sich am Flughafen in Frankfurt am Main in Deutschland. Nachdem er seinen Ausweis bei der Passkontrolle vorzeigen musste, läuft er nun über das Flughafengelände und möchte zum Frankfurter Hauptbahnhof fahren. Um zu erfahren, ob er mit dem Bus, der Straßenbahn oder mit dem Taxi fahren sollte, fragt er einen älteren Herrn um Rat. Entschuldigen Sie? Können Sie mir sagen, wie ich zum Hauptbahnhof komme? Ja, das ist ganz einfach. Gehen Sie zur Straßenbahnstation und nehmen Sie die Straßenbahn Richtung Frankfurts Hauptbahnhof. Die Fahrt dauert nur 10 Minuten und ist viel günstiger als eine Taxifahrt. Vielen Dank. Ich wünsche Ihnen noch eine gute Reise. Dankeschön. Ich fliege gleich nach Portugal und mache dort zwei Wochen Urlaub. Dann wünsche ich Ihnen viel Spaß. Jack verabschiedet sich und geht zur Straßenbahnstation. Nach einer Weile sieht er eine Straßenbahn mit der Aufschrift Frankfurt HBF. Er nimmt seinen Koffer und setzt sich in die Straßenbahn. Nach ungefähr 10 Minuten erreicht er den Hauptbahnhof.